Herzlich willkommen am Donnerstagmorgen. Ich habe gerade eben mal wieder umgesattelt, den Dreiachser wieder draufhängen. Damit fahre ich jetzt an die Pfaff und hole dort unseren Mezzo-Brescher. Der geht nach Pirmasens hoch. So, ich bin jetzt hier unten am Brecher. Der sieht, na reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Gucken, ob der Schlüssel da ist. Die Feinbindung ist da, der Schlüssel. Der fährt jetzt gerade hoch. Dennoch warten, Motor ist nicht startbereit. Motor startbereit. Einmal an den Schlüssel. Halten. Und die Mühle brummt. Motor startpartei ... Motor start Motor start Motor start Motor start so aus wie sau dreckig bin ich auch noch halbwegs sauber gemacht so aus wie ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, geladen ist er. Alles irgendwie draufgepackt. Grabenräume hier rein. Kleinen Löffel habe ich auf dem Hals. Ventil-Drotator, passen wir auf. Das steht hier drin. Und der Tieflöffel ist am Backe. Und der Arm steht auf hinten. War was kaputt? Nee, eigentlich nicht. Habe ich ja nicht gesehen, wa? So, gucken wie das Bett steht. Sieht halbwegs gerade aus. Gut. Dann rollen wir weg von Heimat. Hey! Oh, I knew I... Yeah! Oh! Oh! Hey! Oh! Hey! Hey! Let's go! Hey 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 So, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag 20 nach 6 Ich habe gerade den 3-Axer abgesattelt, hängt den 4-Axer drauf und heute Morgen habe ich zwei Liebherr-Aufträger zweimal R936 Einmal von Landstuhl nach Kaiserslautern und einmal von Lockweiler nach Landstuhl zurück mit 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 Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Das geht auch schon gleich hier vorne. Darüber kann man den schon sehen, den Arm. Da fahre ich jetzt vorwärts rein, stelle das Ding drauf und dann kann ich hier rückwärts wieder drehen. Ist halt hier mal kurz zu jetzt. So, dann raus. So, dann raus. So, dann raus. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020